Oh, wahrscheinlich nicht getroffen. Oh, Tastana ist auch hier. Alle. Alle sind hier. Oh. Okay. 360. Oh. Beide getroffen. Oh. Schade. Okay, 5-7. Zum Glück habe ich gneiht. Wie die hier voll schießen. Was? What the fuck, das Turm. Einfach above the stones hier. The rocks. The rocks. The rocks. Was ist das für mich? Oh. Oh. Oh, kann ein Ding finden. Man. Du hast den Blut. Hör mal. Oh, shit. Warte, wie weit geht meine Ult? Ah, okay, jetzt weiß ich. Fuck. Kannst du hier machen. Damit ich n' Key krieg? Jupp. Wahrscheinlich damit du n' Key kriegst, oder? Ja. Was? Ich bin doch ausgewischt. Damit du in den Videos besser aussiehst. Kein Ding. Okay. Ah. Warte. So. Fliegel. Was? Ich glaube. Oh, schade. Thanks. Was ist ihre Ulti-Vote? Ich weiß es nicht. Oh. Hör, Alter. Ich hab ihn gekillt. Wahrscheinlich gekillt. Rituride. Lel? Achso. Tristano. Ich hab mich gerade gewundert, wer hat mich Trinder bekommen. Dance mit meinem Bogen. Forever alone. Pff, 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 pff. Pff, 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 pff. Ja, ich schieße mit nem Bogen, es verbraucht Mana. Ja, logisch. LEL! Ich dachte, ich mache viel mehr Damage. In meinem Basic-Up-Ax. Was? Nein! Ist alles in Lowlife! Alter! So ne Scheiße! Nenn also! Stop Making Kills! I'm a Renegade! I'm a Renegade! I'm a Renegade!